Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei Preußen-Münster. Ich begrüße Thomas Kessler, unseren Bereichsleiter Lizenz und unseren Cheftrainer Gerhard Struber und bitte euch um eure Fragen. Wer möchte gerne loslegen? Jim Decker für den Kicker. Hallo zusammen, schön, dass es wieder losgeht. Dann mal mit dem Fragenklassiker, wie ist dein Personal, auf wen können sie am kommenden Freitag bauen? Ja, wir haben tatsächlich die Situation, dass alles bis auf den Jaxe alle bereit sind. Jetzt muss ich natürlich jetzt nur schauen, jetzt kehren natürlich die Teamspieler auch zurück, aber alle meine Informationen bis hierher sind sehr positiv. Also es schaut so aus, dass uns viele, viele Spieler zur Verfügung stehen. Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau. Von mir ein Hallo in die Runde. Herr Struber, Preußen-Münster ist eine Mannschaft, die steht auf dem drittletzten Platz, hat die letzten vier Spiele nicht verloren gegen Düsseldorf und Karlsruhe gepunktet. Ich glaube kein Spiel, in dem mehr als ein Tor kassiert. Was sagen Sie Ihrer Mannschaft, was da für ein Gegner auf Sie zukommt? Wie schicken Sie Ihre Mannschaft in dieses Spiel rein? Ich denke, das wird einfach ein Spiel, das hat Preußen-Münster unter Beweis gestellt in den letzten Wochen. Ein sehr kompaktes Team, ein Team, das sehr einfach Fußball spielt, genau weiß, was es kann und was es weniger gut kann. Ein Team, das auch speziell über Standardsituationen immer wieder auch für Tore sorgt, hier auch einen klaren Plan verfolgt, also auch sehr variabel ist in ihren Standardsituationen. Ich finde, eine Mannschaft, die natürlich dann zu Hause nur einmal in dieser Atmosphäre auch eine besondere Power entwickelt und die mittlerweile auch angekommen ist in der Liga und die wissen auch, dass sie zu Hause punkten können mit dieser Art und Weise. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig in diesem Spiel, dass wir nicht in dem Glauben sind, wir regeln das vom ersten Moment weg rein am Platz technisch, taktisch, sondern auch, es braucht auch diese mentale Haltung, diese Aggressivität, diese Körperlichkeit, uns da reinzuarbeiten fleißig in das Spiel und dann auch natürlich über unsere Art und Weise, wie wir einfach gerne spielen, dann das Spiel auch in die Hand zu nehmen. Aber das wird ein Spiel, das einfach auch viel mit Kampf auch verbunden sein wird und den müssen wir auf den Platz bringen. Und dann denke ich schon, dass das auch in unsere Richtung geht. Mikro, Frank für die Bild-Zeitung. Ja, Lo, ich habe noch eine Frage zum Personal. Sie haben gesagt, alle bereit. Heißt das auch, dass Marc Uth bereit ist für den Kader? Ja, Marc Uth hat jetzt, ich habe es ja schon immer öfters gesagt, und die Situation war jetzt schon, dass wir da nicht zu viel Euphorie reinbringen in die Situation rund um Marc Uth, weil einfach die letzten Monate oder sogar Jahre für ihn nicht einfach waren, was Verletzungen angeht. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass er die letzten Wochen einfach stabil drinnen ist im Training, immer wieder auch den Herausforderungen standhalten konnte mit seiner körperlichen Konstitution. Und jetzt gehen wir schon davon aus, dass das hoffentlich jetzt auch stabil bleibt. Er wird Teil des Kaders am Wochenende sein und möglicherweise auch Spielzeit bekommen. Guido Ostrovski für Radio Köln. Florian Kainz hatte nach seiner längeren Verletzungspause jetzt einige kürzere Einsätze. Ich fand ihn im Testspiel jetzt gegen Groningen sehr auffällig, also positiv auffällig, auch im Training jetzt unter der Woche. Wie sehen Sie ihn gerade und wie nah ist er dran an der Startelf? Sehr nah dran, weil er einfach ein Spieler ist, der jetzt viel Erfahrung mitbringt, der einfach auch viel Qualität, speziell wenn es dann um Ballbesitzphasen geht, wenn der Raum enger wird, weil er einfach Lösungen hat, weil er viel Spielwitz hat, eine hohe Spielintelligenz mitbringt. Also natürlich sehr, sehr spannend für uns. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch viele Jungs in die Positionen, die es in den letzten Wochen auch sehr ordentlich gemacht haben. Also da ist tatsächlich jetzt alles ein Stück weit auf Augenhöhe und müssen einfach jetzt dann noch schauen, wie heute das Training verlauft, morgen, wie die Jungs vom Team zurückkommen. Und dann wäre die Entscheidung vorhin, die hoffentlich die richtige ist. Lars Werner für den Kölner Stadtanzeiger. Guten Tag auch nochmal. In der zweiten Liga geht es wirklich sehr eng zu. Es gibt keine Spitzen- oder Ausnahmemannschaften momentan, beziehungsweise Ausnahmemannschaften. Beim FC weiß man natürlich auch, vor zwei Wochen waren die Themen sicherlich noch andere. Jetzt hat man sich wieder so ein bisschen ran gerobbt. Es gibt eine Frage an beide. Wie sind beide so die Situation momentan in der Liga? Ich meine, die Tabelle können wir lesen. Wir haben ja schon auch in den vorigen Wochen immer betont, dass wir schon in der Lage sind, auch mal zwei, drei Spiele in Folge zu gewinnen. Und dann bist du natürlich auch wieder auf Tuchfühlung in den oberen Plätzen. Aber da geht es natürlich darum, es zu stabilisieren. Wir brauchen Ergebnisse. Die haben wir in der Zwischenzeit dann mal nicht geliefert. Jetzt haben wir gute Ergebnisse in den letzten Wochen erzielt. Aber die nützen am Ende des Tages alle nichts, wenn wir am Freitag keine gute Leistung bringen. Und dann am besten auch die drei Punkte holen. Das ist die Ausgangslage. Aber ich glaube, das wird sich die ganze Saison so herauskristallisieren, dass du Spiele gewinnen musst, dass du oben dranbleiben musst. Und wir haben ja auch schon gesagt, es ist wichtig, wenn du tatsächlich im Aufstiegskampf teilnehmen willst, dass du das zum Ende der Saison immer noch bewerkstelligen kannst. Und das ist noch ein langer Weg. Und deswegen schauen wir jetzt erstmal von Spiel zu Spiel. Wir wollen am Freitag dieses Spiel gewinnen, wie wir das in den letzten Wochen auch getan haben. Und dafür brauchen wir am Freitag definitiv eine gute Leistung. Es braucht eine gute Leistung, es braucht die richtige Haltung, es braucht einfach auch im Wissen, wir spielen wahrscheinlich bei null Grad in einer spezielleren Atmosphäre dort, wo auch nicht alles nur Sonnenschein ist mit einer Laufbahn dazwischen. Und all diese Dinge rund um dieses Spiel herum muss man einfach ein Stück weit ausblenden, sehr konzentriert sein, das Spiel sehr, sehr ernst nehmen. Es geht am Ende genauso um drei Punkte, die sind genauso viel wert wie jeder Punkt in einem Heimspiel. Und so will man es anlegen. Und einfach diese Wichtigkeit, von Spiel zu Spiel zu denken, ist denke ich einfach auch möglicherweise ein Schlüssel, am Ende dann auch vorne dabei zu sein. Und nicht so zu sehr in die Zukunft zu sehen. Ich glaube, das birgt mehr Gefahren, wie das es uns möglicherweise was bringt. Jim, gerne, noch einmal. Dann hätte ich noch eine inhaltliche Frage zu Marc Uth. Klar, ist jetzt von der Start-App wahrscheinlich noch ein bisschen entfernt. Aber auf welcher Position würden Sie ihn denn sehen? Wo würden Sie ihn einsetzen in Ihrem System, wie es jetzt in den letzten Wochen gespielt wurde? Natürlich ist der Marc einer, der was einfädeln kann, der dann in der finalen Zone für Entscheidungen gut ist. Und dort wird er wo auftauchen. Ich würde es gar nicht auch irgendwo festzimmern, sondern er wird dann sicher irgendwo in einem Bereich eingeteilt, wo er Fäden ziehen kann, nach vorne weg. Und da kann er ja auch in vielen Positionen agieren. Da ist er ja sehr erfahren und gleichzeitig auch sehr variabel. Also ich würde mir da jetzt, wie gesagt, nicht irgendwo was in Stein meißeln. Ja, nur noch einmal, Jim. Dann mache ich einfach weiter. Es gibt ja relativ viele deutsche U-Nationalspieler im Team, unter anderem Max Fingrefe, der sich dafür entschieden hat, zu U20 zu fahren. Hat jetzt ja auch zweimal gespielt, einmal sogar in der Startelf. Wie sehen Sie das? Hat das vielleicht auch ganz gut getan, dass er jetzt zweimal so Spielpraxis bekommen konnte auf diesem Niveau? Wie sehen Sie diese Entwicklung? Grundsätzlich freue ich mich über alle Jungs, die die Wertschätzung und Anerkennung vom Verband bekommen und eingeladen werden. Also das ist ja auch eine Auszeichnung für uns, dass wir hier auch scheinbar einiges richtig machen, dass die Jungs einiges richtig machen, ins Nationalteam berufen zu werden. Ich sage es aber auch ganz ehrlich, ich hätte mich gefreut darüber, wenn er auch Zeit gehabt hätte, hier bei uns einfach mit dabei zu sein, die letzten zehn Tage, weil wir ja auch ein Testspiel gehabt haben, weil wir natürlich auch Schritte machen wollen in unserer Art und Weise, in unserer Idee. Und da ist der Max natürlich auch im Hier und Jetzt und in Zukunft schon eine tragende Säule. Und da ist ja jedes Training auch sehr, sehr wichtig für ihn. Deshalb hätte es mich persönlich gefreut, wenn er hier gewesen wäre. War nicht der Fall. Habe ich so zur Kenntnis genommen. Habe mich aber auch gefreut darüber, dass er dort auch seine Spielzeit jetzt genossen hat. Martin, gerne. Dann frage ich auch noch nach dem U-Spieler, der mir so gerade in den Kopf kommt. Damian Downs hat gegen Fürth das Siegtor geschossen, hat jetzt einen Doppelpack in der Türkei hingelegt. Sehen Sie ihn weiterhin erstmal in der Rolle, von der Bank zu kommen und vielleicht von da aus den entscheidenden Impuls zu setzen? Oder ist er auch wieder ein Startelf-Kandidat? Der Damon ist einer, der natürlich ein Kandidat ist auch für die Startelf. Das hat er jetzt schon einige Male unter Beweis gestellt, dass er liefern kann. Dass er in dieser Verlässlichkeit schon nur einen Weg vor sich hat, immer wieder konstant zu liefern. Gleichzeitig ist das Gefühl zu sein erstes richtiges Profijahr, wo er einfach richtig eintaucht in diese Rolle des Stammspielers. Jetzt gerade ein Stück weit mehr von der Bank. Wir wissen, was wir an ihm haben. Wir wissen, dass er ein Paket mitbringt, was zukünftig noch richtig spannend werden kann für den FC. Und wir wollen ihn da einfach weiterentwickeln. Und dass er in einer U-Nationalmannschaft auch Tore schießt, überrascht uns gar nicht. Sondern er bringt einfach ein Profil mit, was natürlich auch sehr, sehr interessant ist. Nicht nur für uns, sondern ich denke auch natürlich für den Markt. Dann gerne noch einmal, Jim. Dann versuche ich es einmal ganz einfach. Sehen wir denn eine 3er- oder eine 4er-Kette in der Abwehr am Freitag? Ich würde sagen, dass wir beides ein Stück weit erleben werden. Ich werfe noch einmal einen Blick in die Runde. So wie es ausschaut, sind alle Fragen beantwortet. Dann sagen wir vielen Dank. Viel Erfolg am Freitagabend. Danke.